Musik Huch, war hier jemand? Hab ich wohl nur geträumt. Na dann werde ich jetzt mal weitergehen. Halt! Stehen bleiben. Was hast du hier im Wald zu suchen? Ich? Ich bin die Gretel und befinde mich auf dem Weg ins Schloss. So? Und was willst du auf dem Schloss? Ich will zur Prinzessin Pimpinella. Die hat heute nämlich Geburtstag. Und nun muss ich aber weiter. Halt! Erst will ich wissen, was du da hinter deinem Rücken versteckst. Och, och. Das ist nur Obstsalat. Obstsalat? Seit wann riecht Obstsalat denn nach Kuchen? Ich habe nämlich eine sehr feine Nase. Und hier ist doch Kuchengeruch in der Luft. Für Kuchen tue ich nämlich alles so. Am besten ist, du rückst den Kuchen jetzt raus, sonst werde ich ungemütlich. Aber der ist doch für die Prinzessin. Papp oder Papp, das ist jetzt meiner. Und den werde ich mir jetzt in meinem Räuberhaus schmecken lassen. Oh weh. Hätte ich doch bloß auf die Großmutter gehört. Was mache ich denn jetzt nur? Der schöne Kuchen. Gretel, wo bist du? Ha, huch, hab ich da nicht die Stimme vom Kasper gehört? Hier bin ich, hier, Kasper, komm schnell! Na, da hab ich dich ja endlich gefunden. Ein Glück, ich dachte schon, ich würde dich nicht mehr einholen. Mit Bedacht hab ich mich auf den Weg gemacht und nun bin ich hier und gehe auf das Schloss mit dir. Ach, Kasper, lass doch deine Späße. Siehst du denn nicht, wie traurig ich bin? Der schöne Kuchen ist weg. Wie, hast du den Kuchen schon aufgegessen? Hättest mir ruhig ein Stück übrig lassen können. Quatsch, stell dir vor, der Räuber hat mir den Kuchen weggenommen und nun ist er zu seinem Räuberhaus und will ihn aufessen. Aber der ist doch für die Prinzessin. Ach, Gretel, beruhige dich doch mal. Du weißt doch, tri, tra, trullala, der Kasper ist zum Helfen da. Lass mich mal überlegen. Mir wird schon noch was einfallen. Ich hab's. Ich schlock den Räuber aus dem Bau und haue ihm das Auge blau. Lieber nicht, Kasper. Das ist zu gefährlich. Hm, ja, wenn das zu gefährlich ist, dann verstecke ich mich hinterm großen Baum und du kannst ihm aufs Auge hauen. Nee, nun lass doch mal das Blöde dichten. So geht das auch nicht. Mit Hauen kommen wir nicht weiter. Hm, jetzt hab ich's, dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Hier im Wald, da wohnt doch der Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Der ist nämlich mein Freund und kann uns bestimmt sagen, was wir tun können. Gretel, du musst mir mal helfen, den Zauberer zu rufen. Ruf mal. Zauberer, 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 Zauberer. Was fällt euch denn ein, ihr wild gewordenen Handfeger? Ah, da ist ja mein Freund der Kasper und die Gretel. Was macht ihr denn hier für einen Lärm? Gibt es hier was umsonst? Oder warum schreit ihr so? Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zu meiner Freundin, der Hexe Wackelzahn. Sie will mir einen neuen Zaubertrick zeigen. Also, was ist, was gibt es? Hm, Mensch, Zauberer, stell dir mal vor, der Räuber hat der Gretel den Kuchen weggenommen. Und das war doch ein Geschenk für die Prinzessin Pimpinella. Ach, der Räuber. Ja, das weiß man ja. Der klaut gerne Kuchen. Aber ich kann euch da nicht helfen, weil ich doch dringend zur Hexe muss. Aber wenn es dir hilft, kann ich euch den Zauberstab hier lassen. Hier, nimm ihn mal. Ich muss nun weiter. Oh, danke, Zauberer. Aber halt, halt, halt. Warte mal. Hm, eh, was ist denn? Ich kenne doch den Zauberspruch gar nicht. Ach ja, stimmt ja. Ich muss dir ja noch sagen, wie das mit dem Zauberstab funktioniert. Also, erst musst du dem Zauberstab sagen, was du dir wünschst. Und dann sagst du den Spruch hinterher. Himbeereis auf Spatzen, Dreck? Dreck, ja. Apfelsinen, Tintenfleck. Fleck. Krötensuppe, Spinnenbein. Bein. Der Wunsch soll nun erfüllet sein. Erfüllet sein. Aber ganz wichtig, Kasper, denke daran, du kannst den Zauberstab nur dreimal benutzen. Alles klar, Kasper? Nun muss ich aber weiter. Die Hexe wartet bestimmt schon auf mich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hm. Äh. Wie war das jetzt noch mit dem Zauberspruch? Gretel, hast du dir den Spruch merken können? Wir schaffen das schon. Ja, zusammen kriegen wir das bestimmt hin. Dann werden wir uns mal auf den Weg zum Räuberhaus machen. Komm, Gretel. Ich glaub, wir müssen dort lang. Ich glaube, wir müssen dort lang. Ich glaube, wir müssen dort lang.